Hallo und herzlich willkommen zur Woche 5 im Kurs Soziale Medien und Schule – für wen, wieso, wozu? In dieser Woche beschäftigen wir uns mit den Risiken und Gefahren sozialer Medien und beantworten die zentrale Frage, wo lauern die Gefahren? Zentrale Themen werden Cybermobbing, Cybergrooming und Sextorschen sowie Cyberkriminalität allgemein sein. Und wie man sich davor schützen kann. Barbara Buchhecker ist die Expertin dieser Woche. Barbara Buchhecker zählt zu den Pionierinnen des kooperativen E-Learnings in Österreich. Seit 1997 setzt sie sich aktiv in E-Learning-Projekten ein und begleitet Bildungsorganisationen von der Planung bis zur Umsetzung in allen relevanten Fragen des E-Learning. Im Projekt SaferInternet.at fungiert sie als pädagogische Leiterin und bringt ihre Erfahrungen im Bereich Medienkompetenzförderung und digitale Medien ein. Darüber hinaus ist sie für das ÖIAT seit 2008 als Erwachsenenbildnerin im Einsatz und arbeitet an Forschungsprojekten mit. Die Schülerinnen und Schüler des BGBAG und MG3 Hackengasse in Graz erzählen uns in dieser Woche von ihren Erfahrungen mit Cybermobbing und Cyberkriminalität. Haben sie schon einmal etwas über andere in sozialen Medien verbreitet? Oder wurde über sie schon einmal etwas Unangenehmes verbreitet? Und dabei verraten sie uns auch, wie sie mit diesem Thema umgehen. Wir wünschen ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Absolvierung von Woche 5.